Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Mahlmann, ich bin Chefarzt an der Asklepios Klinik Barrenbeek in Hamburg und unsere Abteilung beschäftigt sich mit den operativ zu behandelnden Erkrankungen des Brustkorbs und der Lunge. Wir sind eingebunden in das Lungenzentrum Hamburg zusammen mit den Lungenärzten, also den Pneumologen, mit den Onkologen, also den Spezialisten für Krebstherapie, der Radiologie mit der kompletten Möglichkeit der Bildgebung, sprich Röntgenbilder, CT und so weiter und der Strahlentherapie. Unser Behandlungsschwerpunkt in Barrenbeek ist die Behandlung des Lungenkrebs nach vorheriger gemeinsamer Besprechung mit den anderen Fachdisziplinen. Dazu gehört weiterhin die septische Thoraxchirurgie, sprich die operative Behandlung von Rippenfellvereiterungen und als weiterer Schwerpunkt die Emphysemchirurgie, das sind Operationen bei der schweren Lungenüberblähung, die der Patient oder die Patientin häufig als COPD kennt. Falls Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, melden Sie sich gerne. Das war die